Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge an Detail der Stadtwitch und sieht jetzt auch schon wieder anders aus. Jetzt haben wir Sans und Papyrus mit dabei. Und ja, gut, Bosskampf in der letzten Folge und das wunderschöne Date in Papyrus. Falls ihr es verpasst habt, unbedingt die letzte Folge gucken und den Like natürlich nicht vergessen. Ja, okay, kommt nicht nochmal ein Bosskampf, ne? Ne, einfach nur zack, fertig. Sehr schön. So, dann bewegen wir uns mal hier raus und... Ah, jetzt kommt ein Ort mit meiner... Ne, noch nicht ganz, aber es kommt demnächst meine Lieblingsmusik. Im gesamten Spiel, ich kenne fast die gesamte Musik. Viele sagen Megalowenia ist die beste, aber... Es gibt hier in diesem Gebiet meine Lieblingsmusik. Ah, ne, Hintergrundwünsche hat sich wieder ganz cool, ne? Jo, schleiß dich auch noch hier rum, um sie zu sehen? Wunderbar, sie ist die coolste, nicht wahr? Ich möchte genauso wie sie sein, wenn ich groß bin. Ey, erzähl mir meinen Eltern nicht, dass ich hier bin. Ha, ha, ha. Andern meint er wahrscheinlich. Oh, das ist ein Speicherpunkt, hätte ich mal dahin gehören. Das ist eine Eckeblume, sie wiederholt, was zuletzt gesagt wurde. Das ist eine Eckeblume, sie wiederholt, was zuletzt gesagt wurde. Äh, ernsthaft? Okay, ich bin bereit, wenn du es bist. Nicht ganz, eigentlich... Vielleicht nur, was da nie gesprochen wurde. Das Geräusch fließendes Wasser erfüllt dich mit Entschlossenheit. Sichern. Wie, noch nie... Noch nie jemand mit zwei Jobs gesehen? Glücklicherweise bedeutet zwei Jobs, auch dafür zu viele Pausen. Hä, ich geh zu Grillbytes, willst du mitkommen? Äh, okay. Ja, wenn du drauf beschissst, dann brechen wir mal auf. Äh. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Schnelle Abkürzung, was? Ey, Leute! Hey Sans, hey Sans. Grüße Sans, allöchen Sansi. Hey Sans, hast du hier nicht gestern? Erst vor ein paar Minuten zum Frühstück? Nee, ich hatte mindestens seit einer halben Stunde kein Frühstück. Ach, meinst wohl den Brunch? Hier, mach es dir gemütlich. Ups, weiß auch, wo du dich hinsetzt. Manchmal legen Spaßvögel Furzkissen auf mich über. Wie auch immer, bestellen wir etwas. Was, was möchtest du? Uff, ich den Burger. Hey, das hört sich wirklich gut an. Cool, bye. Wir hätten gern zwei Burger. Okay, ich geh auch einfach so durch geschlossene Türen. Also, was denkst du über meinen Bruder? Cool ist er schon. Natürlich ist er cool. Du wärst auch cool, wenn du das Auto jeden Tag anhältest. Er zieht es nur aus, wenn es wirklich nötig ist. Naja, zumindest, wenn er stellt es. Und dann meine ich, dass er es unter der Dusche trägt. Da kommen die Burger. Da ist nur einer. Da kommt das Essen. Möchtest du Ketchup? Ja, klar. Guten Appetit. Du kippst die Ketchupflasche. Die Kapsel fällt ab und das Ketchup fließt über dein Essen. Ups. Ach, Schwamm drüber. Du kannst meins haben. Ich hab sowieso keinen Hunger. Äh, kannst du jetzt die gerade am Abend? Naja, egal ob er jetzt cool ist oder nicht. Er bemüht sich wirklich. Ich finde es toll, wie er versucht, Teil der genügend Königsgarde zu sein. Eines Tages ging er zum Haus der Anführerin der Königsgarde, wo flehte sie an, Teil der Garde zu werden. Natürlich hatte sie die Tür geschlossen, denn es war mitternahmt. Aber am nächsten Tag wachte sie auf und sah, dass er noch wartete. Ja, wegen seiner Hingabe erschien sie sich im Kampf zu trainieren. Naja, das Ganze muss noch ausgearbeitet werden. Ja, aber war schon anstrengend, der Kampf. Oh, ich wollte doch noch was etwas fragen. Äh. Schon mal von deiner sprechenden Blume gehört? Ne, flau ja, ne? Ja. Du weißt also darüber Bescheid. Die Echoblumen. Ach. Ja, gut. Sie sind überall in Waterfall. Wenn du etwas zu ihnen sagst, wiederholen sie es immer wieder. Warum das interessant ist? Naja, Papyrus hat mir vor kurzem etwas Interessantes erzählt. Manchmal, wenn niemand in der Nähe ist, erscheint eine Blume und flüstert ihm Dinge zu. Schmeicheleien, Ratschläge, Aufunterungen, Vorhersagen. Seltsam, nicht wahr? Jemand muss eine Echoblume verwenden, um ihnen Streichel zu spüren. Halte die Augen offen. In Ordnung? Danke. Bitte, gerne. Darf ich das beim Burger haben? Tja, das war eine lange Pause. Kaum zu glauben, dass ich mich so lange aufgehalten habe. Oh, bevor ich vergesse. Ich bin leider pleite. Kannst du die Rechnung zahlen? Es sind nur 10.000 Gold. Ja klar, warum nicht? Nur ein Scherz. Goodbye. Schreib jetzt auf meine Rechnung. Ach, richtig. Ich wollte noch etwas sagen. Habe es aber vergessen. Wow. Kann ich jetzt die Burger da haben? Warum muss ich den ganzen Weg... Ja, bis gleich, ne? Ja, bis gleich, ne? Da sind wir wieder hier. Wir sind auch noch hier. Lass uns mal wieder abhängen. Ja, irgendwann mal. Es ist eine Kiste. Du kannst ein Item hineinlegen oder es kostet... Äh, aber warum sollte man? Items in der Kiste kann man nicht verwenden. Mit freundlichen Grüßen ein Kistenhasser. Wow. Äh, lass mich raten, wenn die mich treffen, da habe ich Arschkater. Das finde ich da. Oh, ne. Ich schwöre, ich sah etwas hinter dem fließenden Wasser. Äh, was ist das? Kann das einen Klang treffen? Nö. Okay, kann man... Wie? Hinter dem Wasserfall ist eine versteckte Kamera? Was? Weiter. Okay. Alles klar. Achso, man kann ja wahrscheinlich einfach nur... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, hätte ich mir noch denken können. Äh, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Auf dem Boden liegt ein Tutu. Heißt nicht Tütü? Mitnehmen. Natürlich. Hallo? Äh. Item. Info. Heides Tutü. Rüstung Defensive 10. Endlich ein Stützen des Rüstungs... Na, Teil. Naja. Ich weiß nicht, ob man das Stützen soll, aber. Du rüstest das alte Tutü aus. Ich sag Tutü, ich sag nicht Tutu. Und das Bandana? Was sagt das eigentlich? Bandana. Rüstung Defensive 7. Wurde aufgetragen. Muskeln werden aufgemalt. Wurden aufgemalt. Ja, alles klar. Na dann. Auf. Und Waterfall. Äh. Cooles Schatteneffekte? Hallo. Hallo? Oh, Papyrus. Ah, hi an deinen... Hier kommt mein Tagesbericht. Äh, wegen dem Menschen, über den ich Feuer sprach. Wie, ob ich ihn bekämpft habe? Ja, natürlich tat ich das. Ich hab ihn tampfer bekämpft. Ob ich ihn gefangen habe? Na, na, naja. Nein. Ich hab es wirklich versucht. Andein, aber schlussendlich... ...hab ich versagt. Was? Du wirst den Menschen eigentlich die Seele abreißen? Aber Andein, du musst sie nicht töten. Verstehst du? Das ist nämlich so. Oh. 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 Äh. Aha. Hilfe. Äh. Okay. Was? Ähm, haut Andein jetzt einfach ab? Oh. Cool. Hallo. Jo. Hast du das gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Ha, ha, ha. Komm mit. Schauen wir jetzt, wie sie ein paar füße Tümer erledigt. Ja, ganz ohne Hände. Das ist genau die Musik. Ich liebe die. Die ist so. Das Gefühl von Furcht überkommt dich. Doch du bleibst entschlossen. Dün, dün, dün. Ha. Und ich will am liebsten gar nichts sagen. Äh. Oh. Ha. Okay. Wahrscheinlich, ich werde erstmal Tipp lesen. Wahrscheinlich, ne? Wenn vier Brückensamen nebeneinander liegen, entsteht eine Brücke. Ah, das sind Brückensamen. Ah, mit. Man muss sie auch aufheben. Nicht einfach nur überlaufen. Okay. So ein Vier, also seine... Ja. Und Feuer gehen die nicht auf? Ah. In dem... Da ist ne Riss in der Wand. Ist das... Okay, ist nur Optik. Äh. Oh. Stimmt, euge... Aaron beugt sich vor. Ja, flexender... ...art. Aaron. Komm. Wir flexen mit. Du lässt die Muskeln spielen. Aaron streckt sich doppelt an. Angriffe hören sich für beide. Äh, nein. Muskelwette beugt sich weiter. Äh. Äh. Oh Gott. Ja. Ach Gott. Noch mehr. Okay. Du spannst die Muskel an. Aaron verdreifacht seine Kraft. Angriffe erhöht sich für beide. Nett. Ich werde nicht verlieren. Äh. Oh Gott. Ich bin zu doof. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Äh, ich. Ich los. Ne, genau. Äh. Du weißt. Du hast eine Hilfe, dass du weißt. Komm ins Wasser. Es ist warm. Ach so. Eingepinkelt. Gehe einfach nur links und rechts. Alles klar. Nicht... Nicht irgendwie anders verliehen. So. Jetzt wollen wir uns nochmal. Du spannst die Muskeln an. Aaron lässt deine Muskeln heftig spielen. Er beugt sich aus dem Raum, ja. Ja gut. Äh. Ich will das Schild da lesen. Lesen wir das Schild doch mal. Ich denke nicht, dass es so... Äh, Glückwunsch, dass das Schild... ...irgendwie gelesen oder... Es ist keine interessante Information. Irgendwie sowas. Ich kenne solche Spiele doch. Nein, kenne ich nicht. Aber ich kenne solche. Bitte leid. Das ist so schön. So. Glückwunsch. Du bist im Rätsel gescheitert. Wow. Okay. Das ist eine Glocke. Ah, okay. Ist gesättet. Wenn Fehler geschehen, kann die Glocke wieder die Gluten zusammen zurücksetzen. Äh, so wollen wir dann links hin oder was? Natürlich, das ist ein richtiger Weg. Aber... Ich denke mal, dass es hier auch noch was gibt. Und es müssen vier nebeneinander liegen. Das heißt... Bei drei werden sie mit Sicherheit nicht aufgegangen. Sonst wären sie auch so aufgegangen. Das heißt, man muss die wahrscheinlich dann so legen. Na, gibt's hier was? Ne Bank. Erstmal lesen. Ich war für die verantwortlich einfach noch nicht bereit. Wollt ihr mal heiraten? Ein einsames... Eine einsame... Ein einsames Quichee sitzt unter dieser Bank. Mitnehmen? Äh, klar. Du hältst das verlassene Quichee. Item. Einsames Quichee. Info. Verlassenes Quichee. Plus 34 HP. Spinat. Eikuchen mit... Psychischen Knacks. Okay. Muss es hier nicht sein, es gibt. So. Okay. Äh, noch mehr? Okay. So, wie machen wir das hier? Das sind drei. Das sind zwei. Ja, okay. Ich seh schon. Wahrscheinlich von hier aus. Andere Möglichkeit seh ich nicht. Ja, okay. Ja, gut. Gut. Das sieht gut aus. Könnte man das auch von hier machen können? Eins. Ja, ja. Sieht aus. Sieht aus, als würde es auch so gehen. Naja. Gibt also zwei Möglichkeiten, ne? Interessant. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Alter. Schreibt mich nicht so. Hallo, hier ist Papyrus. Äh, wie ich an diese Nummer bekam? Das war ganz einfach. Ich hab jede Nummer angerufen, bis ich's dir hatte. Nee, 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 nee. Also, was hast du gerade an? Ich frage von einer Freundin. Sie meinte, du trägst ein staubiges Tütü. Stimmt das? Trägst du ein staubiges Tütü? Äh. Ja. Du trägst ein staubiges Tütü. Alles klar. Zwinker, zwinker. Einen schönen Tag noch. Äh, das du machst mir Angst. Vor langer Zeit flüstert ein Monster den Sternen ihre Wünsche zu. Wenn du dir etwas mit ganzem Herzen gewünscht hast, wurde der Wunsch wahr. Jetzt bleiben nur noch die funkelnden Steine an der Höhlenecke. Wunschraum. Okay. Wenn sich tausende Leute etwas wünschen, können sie nicht falsch liegen. Das wird der König beweisen. Komm schon, Schwester. Wünsch dir etwas. Schön. Wuschwa mischt sich ein. Äh. Säubern, berühren, scherz. Okay, erstmal gucken. Wuschwa-Attacke 18, Defensive 5. Diese bescheinigt Keim- Was? Keimhasser möchte die ganze Welt säubern. Okay. Zwischer, pfeift beim Säubern. Äh. Oh Gott. Äh, wie ist das denn getroffen worden? Alles klar. Ist mit einem kleinen Vogel befreundet. Äh. Säubern. Du fass Wuschwa, ob es dich wechs. Dich springt auf, geht umher. Zwischer, grün fürs Spüren. Äh. Oh Gott. Äh. Ja, toll, danke. Wuschwa ist mit einem kleinen Vogel befreundet. Okay. Gnade. Okay. Und ich ess mal was. Item. Komm hier, Verband benutzen. Du legst den Verband wieder an. Immer noch schleimig. 10 HP regeneriert. Ah. Okay. Äh. Wenn du dann, dann musst du mal wieder aus... Okay. Ah. Ausgussend. Dann kann man es ja wegschmeißen und verkaufen. Ich glaube, verkaufen kann man allgemein nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass meine Schwester eines Tages die echten Sterne sieht. Oh. Niedlich. Durch das Telekops... Teleskop schaut. Ja. Äh. Anprüfen. Welcher Wand? Ja. Okay. Gucken wir mal durch. Okay. So. Ich soll die Wand drüber prüfen. Okay. Ja. Man steht hier da nicht drüber. Ne? Ah. Mein Horoskop ist bei letzten Wochen identisch. Wow. Ja. Sonst wäre es nicht weitergegangen. Äh. Was ist das hier? Okay. Einfach nur... Irgendwas. Historische Schriften zieren diese Wand. Du kannst sie gerade so entziffern. Der Krieg zwischen Menschen und Monstern. Oh. Geschichte. Warum haben die Menschen uns angegriffen? Es schien es gäbe es nicht zu befürchten. Menschen sind irrsinnig stark. Man bräuchte die Seele nahezu aller Monster. Nur um der Macht eines einzigen menschlichen... Nur um der Macht einer einzigen menschlichen Seele ebenbürtig zu sein. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist das die Stärke ihrer Seele. Ihre Macht erlaubt es ihnen selbst nach dem Tod außerhalb des Körpers zu existieren. Wenn ein Monster eine Menschen besiegt, kann es seine Seele nehmen. Ein Monster mit menschlicher Seele ist eine Kreatur mit unfassbarer Macht. Die Zeichnung eines sehr seltsamen Wesens. Etwas an diesem Bild wirkt sehr beunruhigend. Äh. Okay. Tschüss. Was, wenn ich wieder rüber will? Okay, ich kann nicht rüber. Wir hatten schon mal Schaden, als wir einen dann zusammen getroffen sind. Hallo? Ja, hallo. Tschüss. Schön, dass du existierst. Ja, aber ich will... Ich will keinen Schaden geben. So. Ich will keinen Schaden, als wir hier gehen. Äh. Nicht ganz. Tschüss. Geht's noch weiter? So. Wir müssen uns hier mit Sicherheit nicht finden. Hust, hust. Äh. Ganz vorsichtig. Ganz ruhig. Äh. Äh. Oh. Das Kind Monster. Monsterkind. Tschüss. Huh. Hallo? Ah. Jo, hast du das gesehen? Und dein hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech. Wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Jo, mach dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. Man, ist es hinfliegen. Und das hier ist auch wieder nichts. Okay. Kommt das zur Speicherstelle? Ja. Äh. Mit... Ist das wieder Käse? Dieser Käse liegt hier schon so lange, dass ein magischer Kristall ihn überzieht. Er klebt am Tisch fest. Quietsch. Wow. Deswegen wahrscheinlich. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und damit endet auch die Folge. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn... ja. Mal sehen wir uns, dass das alles auch auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Und ich möchte mich hier und dort auch am Ende jetzt nochmal bei allen bedanken, die so fleißig kommentieren. Es ist... es ist wunderschön. Es ist... es ist einfach schön, Kommentare zu sehen und Kommentare zu beantworten und Herzchen zu geben.